Eine fucking Sekunde Da haben wir sie Da haben wir sie auch schon gefunden Ja, du wirst gezwungen hier so durchzuwaschen Ach, schade Das ist schon knallhart, echt Das krieg ich schon wieder neu schaden, das ist langsamer Da muss man kurz einen Augenblick warten Da kommst du gar nicht drum herum Das dauert auch schon zu lange Genau, Philipp, rast dann da rein Ach, das sind zwei Sekunden Alles klar Nee Das muss auf Anhieb funktionieren Ja, genau so Da holst du den Torpedo selber ein, das ist auch geil Ohohoho Blöde... Blöde Kiste Ja, danke du blöde Hai Okay Alles klar Neuschgaard, dankeschön Da kriegst du schon zwei Du kriegst ja so viele Masken eigentlich geschenkt Der ist ja blöde Hai dahinter Ich mach mir das Leben auch schwer, ne Das ist dieser Torpedo Wenn ich weiter geht Die zwei Sekunden kann ich mir schenken da Die kann man sich schenken, echt Jetzt, es fängt schon an, Kleinigkeiten hier, echt Kleinigkeiten Ja, und dann fässt du das Ding rein Und den, den, den Opfer ich Aber den Hai will ich nicht opfern Beziehungsweise für den Heide Maske Opfern Ja, komm weg Komm weg Das lief am ersten Mal echt besser Das ist langsamer Das ist langsamer Das ist doch Das ist so einkalkuliert worden von den Entwicklern. Das sieht sehr gut aus, wie die Opfer an wir. Da ging es leider nicht auf. Der hängt da fest. Ich verstehe gar nicht warum. Der hängt dann da wie an dieser beschissenen Wand fest. Ja, das ist mir wurscht mittlerweile, echt. Ich nehme sie aber auch immer dann das gleiche mit. Ja, und da verlierst du deine zweite Maske. Der Packers ist ja auch noch falsch. Ja, genau. Ich habe Viereck gedrückt. Verdammt nochmal. Ich bin aber nie schneller. Natürlich. Weg. Ja, der Intervall ist dann scheiße. Ich drücke's. Ich drücke's. Und er reagiert nicht. Ja, das ist mir doch dann echt ein bisschen lieber. Ja, dann ist es auch der Zeitintervall besser. Ja, dann habe ich noch eine Maske übrig. Ja, die ich dann an dem blöden Fischstoff verliere. Scheiß drauf. Ich drücke das irgendwas, wenn ich das schneller mache. Ich drücke. Ich drücke wie ein Besenkt da. Und der nimmt's nicht an. Und ich weiß nicht, was ich da sonst noch machen soll. Für diesen Fuck-Hi da, ey. Und dann nimmst du's an. Komisch. Ja, jetzt passt das Intervall hier auch. Ich nehm alles zurück. Da hast du wieder einen beschissenen... Ja, beschissenen Intervall. Ja, da hat der jetzt gepasst. Das ist ein scheiß Taucherlevel. Auf Zeit. Lass mich durch. Immer kriege ich den mit. Ich habe keine Zeit zum Warten. Ja. Okay. Es bringt mir nichts, wenn ich da den Scheiß-Ding mitnehme. Es bringt mir nichts. Also von daher gibt Gummi. Und leckt mich. Weil es bringt mir nichts. Ich kann sogar irgendwo noch kurz warten. Es bringt mir mehr. Ja. Ich warte lieber irgendwo da oben. Ja. Ich warte da oben irgendwo ganz kurz. Weil es macht für mich keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn. Da irgendwie... Die Zehnte da raus zu kitzeln. Ja. Wenn ich's eh... Im Nachhinein nicht brauch. Kann ich lieber so durchschwimmen. Da hab ich... Viel, viel mehr von. Ja, weil ich den kriege. Und dann hier mit zwei Masken kurz durchschwimmen. Da hab ich deutlich mehr von. Und der Fisch nervt mich auch nicht. Und der ist auch besser. Wo hab ich jetzt den Akku verloren? Dauert zu lange. Okay. Okay. Da schwimm ich gerne hier außen rum. Okay. Da rein. Nein. Oh Mann. Am letzten Punkt. Am letzten Punkt. Und zwar wirklich am letzten Punkt. Blödes Intervall. Kann ich... Kann ich ja wieder aufhören. Ja. Kann ich aufhören. Soweit ich da hinten merke, mir fehlt ne Maske, kann ich aufhören. Kann ich auf Neuschgard klicken. Ich kann da echt ne Sekunde warten, ey. Es bringt mir hier nichts schneller zu sein. Null. Wie geht es mir hier? Ich bin hier. So. Beweg dich. Ja. Beweg dich. Warum ist der Intervall da so geschissen? Hier hätte ich vorhin noch eine Maske. Komm. Komm. Nein. Och, das gibt es doch nicht. Ey, es war kein... Da brauch ich eigentlich bis dahin noch mal einen Akku, ey. Ja, die Zeit kann ich mir nehmen. Ja. Ja, die kann ich mir nehmen. Die Zeit kann ich mir nehmen. Und den... Da halbe ich mir lieber den Akku auf. Und raste da lieber so in die Nitro. Die Zeit ersparen ist gleich null. So. Habe ich genauso schnell. Perfekter Zeitintervall. Ja, gut. Außer für den Hai, ne? Da kann man sogar in dem Augenblick egal sein. Da kriege ich sowieso einen Akku. Also bis dahin musst du sowieso einen Akku verschwenden. Im Deutsch. Wo bin ich? Ach, das ist eine Nitro. Kann das sein? Ja, da ist eine Nitro. Eigentlich wollte ich nicht so lange an diesem Level rum. Doch, doch. Das kommt auch noch hinzu. Oh, der macht eh keinen Unterschied. Ach, den berühre ich. Okay. Da hätte ich rüber schwimmen können noch. Sehr schön. Nur leider kriege ich keinen dreifachen Akku hier. Der hat so ein blödes Intervall. Gut. Wie habe ich denn da vorher noch meinen Akku gehabt? Oh, shit. Da hätte ich Zeit sparen können. Der schwimmt. Der schwimmt nicht runter. Was ist das? Hallo, ich drück nach unten. Ey, da fühle ich mich verarscht. Wenn du nach unten... Der schwimmt nicht nach unten. Was ist das Schlimmste? Wenn du drückst und der macht es nicht. Ich gehe hier so rum. Scheiß Intervall. Ja. Also sobald du einmal da oben den falschen Intervall hast, ist die ganze Route für den Arsch. Ja. Auf gut Deutsch. Ab da ist die Route dann echt schlecht. Ja. Ja. Klar, komm. Und nochmal weg. Ja, genau. Ja. Mach den nicht kaputt. Warum auch? Warum auch? Ja. Und das Level ist echt die Hölle. Das Level ist aktuell für mich, Michael. Die Hölle. Boah. Boah, ich bin schon wieder erjagt. Über, über 20 Minuten. Einer blöden Sekunde. Einer blöden Sekunde. Der schwimmt nicht nach unten, ey. Das ist irgendwie ein Bug. Ja, weil normal macht er das. Obwohl du einmal den Turbo gegeben hast, danach runterdrückst, er will es nicht annehmen. Oh, wir haben alle Zeit der Welt. Ich sagte, wir haben alle Zeit der Welt. Was ich auch immer interessant finde, ist immer der gleiche Intervall. Egal wann. Das interessiert dem Spiel nicht. Null. Wenn ich so nach rechts schaue, habe ich auch einen besseren Intervall. Ich bin auch schneller. So, jetzt muss ich hier keine Rücksicht gleich drauf nehmen. Oh. Finde ich gut. So, habe ich vorhin einen Akku noch gehabt. Dann verliere ich natürlich direkt wieder hier. Also, das ist aktuell die beste Route. So, wie ich das jetzt gemacht habe. Dass ich den einen mitnehme. Also, gleich den einen mitnehme. Hier rechts. Direkt rechts. Oh. Ja, da brauche ich einen Akku. Da brauche ich einen Akku dann. Es läuft nicht so ganz. Weil es ja auch immer die gleichen Fehler sind. Hey, diesmal hat es mal gereicht. Das bringt mir trotzdem nix. Die Zeit ist die gleiche. Weil ich es nicht schaffe. Ein Intervall. Obwohl. Das passt sogar noch. Ja. Akku mitgenommen. Nice. Jawohl. Und noch behalten hier. Einen super. Schade. Jawohl. Er will wieder nicht rum. Er will... Ja, ja, yes. Platin. Oh, tut das gut. Boah, war das... Das war ein Krampf, ey. Gleich auch Goldübersprung. Boah. Das war ein Krampf, ey. 16 Sekunden. Alter, das ist viel. Was war ein Platin-Zeit? 1, 8. Alter, in 47 Sekunden. Leckt mich am Arsch. Boah, bin ich echt froh über die Zeit. Ein Level mache ich noch. Eins mache ich noch. Bis zum nächsten Mal.